Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Minecraft Let's Play. Ja, was macht man heute? Also beziehungsweise ich weiß ja schon, was wir heute machen. Wir machen nämlich heute die Falle endgültig fertig. Das letzte Mal haben wir noch das Dach drauf gemacht. Oh, die Uhrzeit. Es ist gerade Lead. 1, 3, 3, 7. 13.37 Uhr fällt mir gerade auf. Wo ich gerade gucke, wann ich jetzt angefangen habe aufzunehmen und wann ich dann wieder aufhören muss sozusagen. Ähm, ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Man merkt es vielleicht an den Geräuschen. Neue Geräusche. Wir sind jetzt auf Version 1, 4, 2. Lass mich nicht lügen. Hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich da, ähm... Fledermäuse. Ich höre sie. Fiep, Fiep, Fiep. Ja, hat ein bisschen gedauert jetzt, bis ich da alles zum Laufen gebracht habe. Ähm, nach dem Update habe ich natürlich gleich mal wieder das Texture-Pack neu runtergeladen und was weiß ich. Und, ähm, bin dann... Fiep, Fiep. Sehen wir auch eine. Wäre vielleicht auch ganz cool. Fiep. Wir sind noch auf Friedlich, wie man hier merkt. Sonst werden hier wahrscheinlich alles voll mit Monstern schon. Ähm, ja. Hat jetzt ein bisschen eine Weile gedauert nach dem Update jetzt, bis ich alles wieder zum Spielen gebracht habe. Weil... Fiep, 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 Fiep. Fiep, Fiep, Fiep. Und, ähm, kurioserweise nehme ich jetzt mit 30 Frames auf. Mit dem, ähm, aber mit dieser Multicore-Einstellung. Habe dieses Threaded, bla bla bla, disabling müssen in der Grafikkarte. oder in den Einstellungen der Grafikkarte. Ja, so, jetzt, ich rede hier gerade um den heißen Brei und schaffe wieder nichts. Und deshalb habe ich noch einmal dabei sechs Stück. Sechs Eimer. Sechs Eimer hört sich doch mal famos an. Weil wir müssen ja nur noch Wasser eigentlich da reinkippen. Ähm, holen wir uns erstmal Wasser. Boah, und ich war jetzt auch mal, selbst in der Dingswelt, in der Kreativwelt, habe ich halt so ein bisschen die Einstellungen umgetestet und was weiß ich. Oh. Ein Hund. Aber nicht meiner. Ähm. Ja, und selbst da, mit den neuen Geräuschen in den Höhlen, puh, da geht einem doch ganz schön der Bammel her. So, ein, 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 ein. So, auf, hopp, schneller. So, sechs Eimer. Jetzt machen wir uns irgendwo unten in der Höhle vielleicht noch schnell so einen ewigen Brunnen. Schlapp, schlapp, schlapp. Fiep, fiep. Oh, da eine Fledermaus. Hey, guck mal da, Fledi. Fledi. Ja, wo fliegt sie denn? Fiep, 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 fiep. Oh, ist die süß. Will ich als Haustier haben. Komm, bleib da, komm. Put, 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 put. Oh, süß. Oh. Fiep. Oh. Die kann man ja auch schlagen. Oh, ich will so einen als Haustier. Süß. Ähm, ja. Ja, jetzt habe ich natürlich auch wieder die Spitzsacke mal weggelegt. Oha. Die Geräusche. Oh. 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 Dann machen wir das gerade mal so. Zack, 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 zack. Und schon haben wir einen. Äh. Einen ewigen Brunnen. So. Jetzt gehen wir mal schnell die Löcher. Boah. Erschreckt mich doch nicht so. Ist alles nur ungewohnt. Die neue Tonkulisse. Ähm. Ne, ich fange am besten ganz da hinten im Eck an. Weil. Ich vielleicht sonst wieder abgespült werde oder runtergespült werde irgendwo. So, ich. Ähm. Ich will jetzt keine Fackeln hier setzen, weil ich muss die dann eh alle wieder abreißen. Und ja. Deshalb, sorry, dass es jetzt ein bisschen dunkler ist. So, einen hier. Einer da. Du bist schon doof, du Fledermaus, oder? Jetzt verreckt die doch. Ah, jetzt ist er abgeflogen. So, ein da, ein da. Ein. Da, ein da. Dann müsste hier. Wo ist das? Äh. Ich bin blind. Scheiße, ich sehe nichts. Ja gut, ich setze mal eine kleine Fackel, weil ich selber nichts sehe. Da ist es doch. Mann, das ist ja. Da und da. Sehr schön. Ähm. Und der letzte Eimer. Äh, die letzten zwei Eimer, besser gesagt. Da und da. So, stimmt auch. Gut, dann können wir jetzt wieder auffüllen. Ach, verdammt. Wäre schön, wenn die sich wieder automatisch stacken würden. Machen sie aber nicht. Ah, jetzt hängt sie da an der Decke. Ach, ich finde die süß. So. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Dann machen wir mal kurz. Ja. Boah, war ich so weit noch weg von dem Loch? Da einen. Und da einen. Und dann sollte, genau. Uah. So, da einen. Und da einen. Und da einen. So. Zack. Das fließt richtig. So, jetzt haben wir das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Moment, ich muss mal kurz leiser drehen. Das übliche Minecraft-Problem. Minecraft ist immer zu laut. So. Da und da. Jetzt müssen wir wieder Wasser holen. Zack, 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 zack. Ähm. Ich gehe lieber so rum. Huah. So. Wo haben wir? Ich vergesse bestimmt irgendwo Wasser reinzufüllen oder so am Schluss. Ich kenne mich doch. Einmal da, einmal da. Einmal dort und einmal hier. Und einmal hier und einmal da. Da und da. So. Oh. Jetzt habe ich eine Fackel weggemacht, auszusehen. Boah. Aber es liegt immer noch so laut, hey. Schrei mir doch nicht so ins Ohr. Moment. Nochmal leiser drehen. Gibt es doch nicht, hey. Ähm. Ach, verdammt. Ich vergaß. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo noch einen Erdklumpen hocken. Der muss ich auch noch. Der hier. Der muss noch weg. Den opfern wir jetzt mal. Den genauso. So. Zack, 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 zack. Ähm. Machen wir jetzt mal. Fiep. Oh, süß. Ich finde die so süß, die, die Fledermäuse. Und spring. So, und jetzt, weil ich wieder selber nichts sehe, machen wir hier eine Fackel hin. So, zack und zack. So, da haben wir schon überall. Da haben wir, glaube ich, noch nichts drin. Genau, da und da. Und hier und dort. Uah. Bloß aufpassen, dass man da nicht selber reinfällt. So, jetzt dürfte eigentlich nur noch das hier fehlen. Das hier und die zwei. Hat einer mitgezählt? Natürlich nicht, oder? Muss man immer selber aufpassen. Und mich guckt es an der Nase. Das finde ich gerade gar nicht toll. Fiep, fiep, fiep. Ah, Nase kratzen. So, da. Dort und hier. Dann hier und da. Dann, ach so, das ist. Hier und dort. Das soll es eigentlich dann erstmal. Da ist jetzt voll. Da ist Wasser drin. Da ist Wasser drin. Ich gehe lieber nochmal ab zur Kontrolle. Da fließt Wasser. Nicht, dass ich irgendwo noch was vergessen habe. Da fließt Wasser. Da fließt Wasser. Da fließt Wasser. Da fließt Wasser. Nee, es sieht so weit so gut aus. Verdammt. Es war mir doch klar. Es war mir so klar. Na, Mann, nee. Ich komme hier nicht raus. Ach, Mann, das ist doch. Da kriegst du doch wieder voll den Agro hier. Komm, lass mich raus. Komm, lass mich raus. Komm, lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Verdammt. Ha, so, Moment. Ähm, Erde. Na, auf. Setz doch mal den Klotz da hin. So. Das Fackel. Verdammt. Die hätte ich eigentlich noch lassen können, weil ich nicht sehe. So, und wieder das Wasser hin, was wir gerade weggenommen haben. Gut, dann gehen wir eben den Umweg. So, jetzt sollte sie eigentlich fertig sein. Wir könnten mal versuchen, die Monster anzuschalten. So, die Fackel noch weg. Ähm. Passend. Draußen ist es natürlich auch gerade dunkel. Ach so, die Leitern. Ja. Tschüss, Leitern. Ihr wart mir immer treue Begleiter. Auf all meinen Wegen. Zack, zu. So, und das müssen wir dann wieder... Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal wieder auffüllen mit Dings. Das wären dann lang, 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 habe ich dann gebaut, nämlich. Mich reizt ja ein bisschen, wieder in die Höhle zu gehen, aber ich will das eigentlich mal... Ich will den Scheiß mal fertig machen hier. Alter. Ähm. Deshalb weiß ich noch nicht eigentlich... Aber mich reizt es halt so mal jetzt in die Höhle zu gehen mit den neuen Geräuschen und bla und blub. mir wieder ein bisschen Angst einjagen lassen. So, jetzt pennen wir erst mal. Ähm. Ich habe gar nichts dabei. Kein Schwert, kein gar nichts. Bevor ich jetzt die Monster wieder anmache, rüste ich mich erst mal wieder aus. Nicht, dass da irgendwo was schief geht und, ähm... Boah, und die Kisten, die müssen wir auch noch alle leerräumen und rüberbringen, äh, zu uns nach Hause. Ha, das dauert ja dann auch noch fünf Jahre. Na, lauf.